Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Review und zwar haben wir wieder ein neues Spielzeug und zwar den AK400 Zero Dark Plus von Deepcool. Den habe ich zur Verfügung gestellt bekommen, ihr seht da hinten ist noch ein zweiter, das heißt ich werde auch in diesem Video wieder einen verlosen, an alle die kommentieren und Däumchen nach oben da lassen natürlich, ihr kennt das ja schon, das ist bei meinen Reviews immer so. Und das werden wir einmal hier in diesem Rot-System einbauen, ihr erinnert euch, Ryzen 5800X vielleicht aus dem letzten Video mit der 120er Wasserkühlung, mal gucken ob der Luftkühler das schafft, ich glaube es zwar nicht, aber wir werden sehen, ist Push-Pull-Konfiguration, zwei Lüfter dran. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Hardware rumfliegen und zwar ein Z96 Gaming X von Gigabyte, einen 12600KF in einem AMD-Tray, danke Dubaro an der Stelle. Und eine NV1 haben wir da, da werden wir gleich Windows drauf installieren und eine 12700K. Wie gerade schon erwähnt von Dubaro bereitgestellt, muss ich auch wieder zurückschicken, aber Dankeschön an dieser Stelle. Und wir werden uns das Ganze jetzt gleich mal anschauen, wie das so funktioniert. Ich bin echt gespannt, weil der ist halt relativ klein, aber wir werden es sehen. Übrigens, ich habe wieder ein paar Grafikkartenhalterungen, ihr seht hier hinten das Rudel stehen, die verlose ich ja immer in meinen Streams, wenn ihr da Bock drauf habt, so sieht das dann in etwa aus, wenn ihr hier quasi eure Grafikkarte drin habt und der Abstand einigermaßen passt, könnt ihr das sogar mit einer Schraube hinten dann noch in der Höhe verstellen und dann einfach unter die Grafikkarte packen, damit die ein bisschen gestützt wird. Schauen wir uns die ganze Nummer jetzt mal an. Also wir haben ja erstmal natürlich den ganz normalen Umkarton, hier unten habt ihr noch ein paar technische Specs, also das Ding hat wohl ungefähr 220 Watt TDP, also kann es abführen. Glaube ich nicht so recht dran, weil wir haben letztes Mal schon bei dem AK500 gesehen, dass es zwar nicht gefrottelt hat, aber doch relativ warm geworden ist, aber es kann ja sein, wer weiß, ich habe ihn noch nicht getestet. Wir packen den jetzt das erste Mal aus und dann schauen wir mal, wie der so aussieht. Hier haben wir erstmal den Kühler an sich, sieht an und für sich relativ gut aus, erinnert mich ein bisschen an den Pure Rock 2, allerdings halt einfach mit zwei Lüftern, einer der reinzieht und einer der rauspustet, also ihr habt einen schönen Airflow auf jeden Fall da drin. Von oben nicht spektakulär, ist aber ein ganz nettes Design, ein bisschen Understatement halt und auf jeden Fall eine Menge Heatpipes, ich glaube wir haben hier insgesamt vier Stück. Hier unten ist auch schon Wärmeleitpaste, voll aufgetragen, habe ich mich jetzt eingesaut, ein bisschen, egal. Und natürlich die Kabel für die Lüfter an sich, ist kein RGB oder so mit dabei, ansonsten recht schwer tatsächlich, also ich hätte jetzt gedacht, der wäre leichter, aber fühlt sich auf jeden Fall gut an, schauen wir uns dann gleich mal an. Was noch in dem Karton war, ist halt einfach eine Montageanleitung und die ganzen Komponenten, die so mit dabei sind, also ihr könnt auf jeden Fall so einige Sockel damit bedienen. Ich schaue nochmal auf den Karton, da dürfte es auch draufstehen. Wir haben auf jeden Fall die LGA 1700 Reihe, die 1200er 1151, 1150, 1155 und für AMD haben wir schon AM5 Support mit dabei, sehr geil. Und AM4. Das heißt, ihr solltet eigentlich jeden Intel und jeden AMD, den ihr so rumfliegen habt, da drauf, also irgendwie montieren können, also den Lüfter auf dem Sockel. Dann haben wir jetzt hier noch so ein Tütchen, da ist natürlich einfach nur das Montagematerial mit drin, ich schaue mal, was wir noch so versteckt haben. Also hier haben wir auf jeden Fall so ein Montageframe, hier ist auch nochmal so eine Backplate mit dabei, für Intel in dem Fall noch, ich denke mal, das ist ein Verlängerungskabel oder so, nee, das ist ein Splitter tatsächlich. Wir haben hier einfach nur den Anschluss für den CPU-Anschluss an dem Mainboard und eben die Verteiler, weil wir ja zwei Lüfter haben an diesem Block und die müssen wir natürlich beide mit Strom versorgen. Hier sind einfach nur noch diese ganzen Schrauben, Abstandshalter, Ringe und was nicht alles mit dabei, natürlich auch für alle Sockel. Und ich stelle mir gerade die Frage, baue ich das Ding in dieses Case da erst ein und teste das oder mache ich erst die Intel? Ich glaube, ich mache wirklich erst das AMD-System, sofern ich dann an die Backplate drankomme, das ist auch wieder so ein Thema, weil dieses Gehäuse halt einfach Rotze ist. Aber wir schauen uns das jetzt mal an. Ich glaube, ich nehme wirklich erst den 5800X, weil da ist auch schon die SSD drin mit Windows und bei dem anderen Ding habe ich noch die M2, da muss ich Windows erst noch installieren. Natürlich könnte ich die SSD benutzen, das wäre jetzt einfacher für mich, aber ich mache lieber eine frische Installation, weil das ein reines AMD-System ist. Und hier haben wir halt Intel und dann mache ich einfach ein neues Windows drauf. Ich finde übrigens die Art und Weise, wie die diese Wärmeleitpaste aufgetragen haben, irgendwie interessant. Da sind halt noch so Lücken zwischen, ich denke mal, damit die sich besser verteilen kann. Ich kenne es einfach nur so, dass das schon komplett voraufgetragen ist, da hat man einfach nur eine Fläche. Da ist so ein Muster drin, ob das jetzt was bringt, keine Ahnung. Die Sache ist auch die, wenn ich jetzt gleich den Prozessor wechsle, muss ich sowieso auf eine eigene gehen. Ich denke, ich nehme dann die MX4 von Arctic, die nehme ich ja öfters. Und jetzt müssen wir hier natürlich schauen, dass ich die 120er Wasserkühlung, die ich hier letzte Mal verwendet habe, ausbaue und dann dementsprechend noch die Wärmeleitpaste entferne vom Prozessor, damit wir auch wirklich die Wärmeleitpaste haben, die einfach voraufgetragen ist. Und ich muss die Brackets eventuell wieder installieren, die jetzt einfach fehlen, weil hier ist ja ein eigener Halterahmen drin. Den muss ich jetzt rausnehmen. Die Backplate bleibt, glaube ich. Und ich schaue jetzt gleich mal in die Anleitung, was die dazu sagen. Also wenn wir hier in die Anleitung reinschauen, haben wir ganz normal, dass die Brackets quasi entfernt werden, die ja schon vormontiert sind, einfach vom Mainboard. Und die nimmt man wohl raus. Und dann muss man so Abstandshalter da reinmachen und hier vorne diesen Einbaurahmen, den wir eben gesehen haben. Und dann wird scheinbar der Kühler einfach nur mit zwei Schrauben befestigt. Das kennen wir schon vom AK500. Da war es noch ein bisschen anders. Aber ich bin gespannt, wie schnell das geht. Also wir müssen jetzt erstmal die Wasserkühlung rausholen. Ich habe hier wieder meinen kleinen Schrauber für faule Menschen. Wer daran irgendwie Interesse hat, kann gerne auf den Link in der Beschreibung klicken. Kriege ich eine kleine Provision und für euch wird es halt einfach nicht teurer. Keine Sorge, ist kein Placement. Das habe ich mir tatsächlich selber gekauft, aber ich finde das Ding einfach cool. Das ist halt echt für die ganz Faulen. Also so ist es halt. Und ich schraube ja oft. Und dann macht das irgendwo Sinn, den einfach zu nehmen. So, ich schraube mir jetzt erstmal hier den Pumpenkopf ab. Nach Möglichkeit, ohne dass mir die Schrauben unten reinfallen. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen super optimal. Oh, die ist noch ein bisschen fest. Egal, ich löse erstmal die oberen. Ich glaube, ist gerade was eingefallen. Das Ding ist ja hinten noch verkabelt. Ich sollte vielleicht vorher erstmal die Kabel abmachen, bevor ich hier irgendwelche Pumpenköpfe löse. Scheiße, mir fällt gerade auf, das ist gar nicht die Original Backplate. Es ist die von der Wasserkühlung und die muss ich halt tauschen. Sonst passen die Schrauben nicht. Oh, ich wusste, irgendwo war noch ein Haken. Vielleicht kriege ich sie aber so raus, ohne dass ich irgendwie was abschrauben muss. Weil ihr seht, der Spalt, der hier ist, der ist halt schon ziemlich eng und da muss die andere Backplate drauf. Ja, scheiße, ich muss mal gucken. Und mir ist gerade aufgefallen, ich arbeite wohl ziemlich schlampig, weil ich habe die Kabel einfach vorne gelassen. Das heißt, ich brauchte gar nicht die Backplate abmachen. Aber jetzt habe ich immerhin gesehen, dass ich halt das hinten tauschen muss. Das ist ja schon mal was. Ein Hoch auf den Magnetismus. Yeah. Jetzt nehmen wir den ganzen Scheiß mal raus hier. Oh, ey. Aber, aber, geht ganz gut. Jetzt hängt da doch noch ein Kabel irgendwo hinter. Was ist denn das? Ach, RGB-Verteilerkabel oder was? Ne, das war der CPU-Stecker. Wunderbar. So, die Pumpe ist schon mal ab. Jetzt begeben wir uns an den Radiator hier oben. Ich habe die Kamera nochmal ein bisschen umgestellt, damit ihr es auch besser seht. Also ich mache hier einfach nur vier Schrauben los und dann habe ich die Schraube weggelassen. Ja, ich war faul letztes Mal. Ich habe nur zwei Stück benutzt. Stimmt. Vollkommen richtig. So, jetzt nehmen wir die ganze Kiste hier raus. Wunderbar. Wasserkühlung ist draußen. Prozessor liegt frei. Jetzt muss ich noch eine Backplate suchen und hoffen, dass ich die irgendwo finde. Und dazu auch die Schrauben und die Brackets. Ne, die Brackets brauche ich gar nicht. Die Schrauben auch nicht. Ich brauche eigentlich nur die Backplate. So, damit uns die Dinge eigentlich nicht verloren gehen. Nehme ich die schon mal ab. Jetzt kann es natürlich sein, dass mir so ein Ding hinten rausfällt. Ne, eigentlich nicht. Ah, doch, funktioniert. Wunderbar. So, schön aufbewahren, dass die nicht wegkommen. Äh, ich sehe schon ein Problem. Also hier oben die Schrauben, die kriege ich natürlich rau. Äh, der Abstandshalter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, er ist rausgefallen. Perfekt. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Aber ich glaube, ich muss wirklich das Mainboard nochmal ausbauen. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne, mache ich jetzt aber. Nur mal zum Verständnis jetzt hier. Ne, also wir haben hier oben eine Schraube. Da ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Die kriege ich alle locker raus. Nur die eine hier. Die ist natürlich jetzt hinter dem Blech. Die kriege ich jetzt nicht raus. Und dementsprechend muss ich halt das ganze Mainboard ausbauen. Auch so ein Nachteil von diesen Gehäusen, dass ihr einfach bei dieser Aussparung nicht genauso mittig seid, dass ihr da wirklich überall drankommt. Bei vernünftigen Gehäusen, wie zum Beispiel Bequite 802 oder so, da ist das alles so schön ausgespart. Auch beim leeren Lied. Da kommt ihr super ran. Hier ist einfach nur Rotze wieder. So, dann holen wir jetzt erstmal die Grafikkarte raus. Natürlich machen wir vorher hier die Stecker ab. Halten wir ein bisschen fest. Klemme drücken und rausziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch wenn ihr jetzt mal irgendwie in Zukunft eine Grafikkarte tauschen wollt. Ihr habt ein PC da, wollt die Grafikkarte upgraden. Stecker raus. Die Schrauben, die hier vorne am Rand sind raus und dann habt ihr hier hinten so einen kleinen Hebel. Den drückt ihr dann einfach und dann ist das halt raus. So, jetzt drücken wir hier hinten den kleinen Hebel und wackeln ein bisschen und zack, da ist es schon draußen. Das ist eigentlich bei jeder Grafikkarte gleich. Das hier ist natürlich eine deutlich ältere Grafikkarte, aber ist es eigentlich bei jeder gleich. Es gibt einige Mainboards, die haben das dann jetzt so gelöst, die neueren. Dann ist hier irgendwie so ein Knopf, da drückt man drauf, dann kommt die Grafikkarte raus. Das ist halt ganz geil, weil in diesen kleinen Puddelhebel hier kommt man manchmal so schlecht dran. Jetzt klemmen wir hier noch das Mainboard ab, dann klemmen wir hier oben den CPU-Strom ab, also den EPS-Stecker und dann machen wir hier unten noch den SATA-Anschluss ab. Das kann ich auch jetzt direkt machen, ohne jetzt lange rumzureden. Okay, die Sau wehrt sich, scheinbar nicht. Alter, what the fuck? Ah, geht doch. Ja, das wäre dann jetzt soweit auch schon alles. Jetzt mache ich hier die einzelnen Schrauben ab. Hier habe ich eine. Wir haben ja weniger benutzt, weil die Abstandshalter einfach nicht reingepasst haben. Wir werden einfach das Ding wieder mit drei, vier Schrauben befestigen. Für den Test reicht das. So, die Schrauben sind soweit ab. Jetzt können wir natürlich schon mal versuchen, das Mainboard rauszuholen. Ja. Ne, hier oben hängt es noch ein bisschen. Da kam noch eine Schraube raus. Ja, schönen Dank auch. Jetzt haben wir es. So. Oh, was ist denn da jetzt runtergefallen? Ach, die Backplate, die ich dran wollte sowieso. Ja, wunderbar. Und falls sich jemand fragt, warum ich so rabiat an sowas drangehe. Also, was ist rabiat? Ich arbeite halt ganz normal damit. Es ist einfach so, die Hardware heutzutage, die kann schon einigermaßen was ab. Und man kann so ein Mainboard auch einfach so mal in die Hand nehmen. Das habe ich im letzten Video auch schon gemacht. Da passiert nichts. Ihr könnt euch natürlich vorher ein bisschen erden, indem ihr irgendwie an eine metallische Stelle fasst von eurer Heizung oder so. Aber ich persönlich, ich mache das kaum noch, weil es passiert halt kaum was. Es gibt da sehr viele Videos im Internet, da haben die teilweise mit Tasern auf so ein Board draufgehalten oder auf einem RAM oder Prozessor und da passiert halt einfach nichts. Hier nochmal zu dem Thema. Die Backplate habe ich gefunden. Die setzt man dann einfach hier hinten in diese passenden Löcher rein. Das ist dann überhaupt kein Problem. So ist es ja auch eigentlich vormontiert. Und dann legt man sich da schön hin und hofft, dass die beim Hinlegen nicht wieder rausfällt. So, jetzt habt ihr hier natürlich dementsprechend diese Anschraubpunkte. Und da gehen wir gleich mal mit dieser Anleitung vom Hersteller her und schauen uns mal an, wie das Ganze montiert wird. Vorher allerdings machen wir natürlich die alte Wärmeleitpaste weg. Da nehme ich jetzt einfach mir so ein Tuch, ein bisschen Isopropanol-Spray und dann sprühen wir das auf das Tuch drauf. Ihr könnt auch irgendwie, was weiß ich, alles was mit Alkohol zu tun hat. Das ist vielleicht kein Wodka, aber alles was mit Alkohol so zu tun hat, Isopropanol oder was auch immer, könnt ihr einfach nehmen und dann damit schön die CPU sauber machen. Damit geht das meiner Erfahrung nach am besten weg. Das Schöne dabei ist, es verdunstet halt. Also es ist dann sofort weg. Wenn da jetzt was auf dem Board landet oder so, wäre das auch nicht so schlimm. Jetzt seht ihr schon, haben wir hier die Wärmeleitpaste dran und der Prozessor ist wieder schön sauber. Und jetzt setzen wir gleich den Lüfter drauf. Beziehungsweise den Kühler. Viele regen sich immer auf, wenn ich Lüfter sage. Ja, es ist ein Kühler. Wir erinnern uns an die Anleitung. Die sagen jetzt, man soll diese orangenen Nupsis da draufsetzen. Das machen wir jetzt auch. Das Schöne ist, das ist in so einer Tüte drin, separiert. Das heißt, ihr wisst direkt, okay, das ist AMD, die Schrauben gehören dazu, das könnt ihr nicht verwechseln. Also im Endeffekt wollen die jetzt nichts anderes von mir, als einfach, dass ich diese Nuppel da draufstecke. Okay, die halten auch einigermaßen. Und dann schrauben wir gleich den Frame oben drauf mit den passenden Schrauben. Hier hat er sich ein bisschen gewehrt, aber das ist egal, das funktioniert. So, und dann haben wir jetzt als Orientierung hier zum Beispiel den RAM. Der ist jetzt bei uns auf dieser Seite. Dann wollen die, dass wir diesen Frame so machen, dass einer von diesen Pinnen quasi in Richtung RAM guckt. Das sind dann quasi einfach diese Nupsels hier. So, und jetzt wollen die, dass ich das Ding da drauflege und dann dementsprechend hier außen die Schrauben dran mache. Das sind dann diese hier, die schrauben wir jetzt einfach drauf. Damit ich jetzt hierbei ein bisschen mehr Kontrolle habe, ziehe ich die nicht mit dem elektrischen fest, sondern ziehe die einfach mit diesem Schraubendreher hier fest. Ja, und im Endeffekt sagt die Anleitung jetzt einfach, ich muss vorher diese Lüfter abnehmen vom Kühler selbst und dann die Schrauben hier festziehen und das machen wir jetzt auch. Nur mal so vom Prinzip, hier sind einfach nur diese kleinen Blechlis und dann macht ihr die so hoch und dann ist der schon ab. Also das ist jetzt nichts Besonderes, das kann man so abnehmen, gar kein Thema. Also auf der anderen Seite ist es halt genauso. Geht auch extrem easy, also bei anderen Herstellern hatte ich so das Gefühl, dass die mehr klemmen, aber die halten und gingen sehr, sehr leicht raus, finde ich gut. Wierum ihr den jetzt da drauf macht, ist eigentlich relativ egal, weil die Abstände, wenn ihr euch das jetzt anschaut hier, da unten sind ja diese Schraubendinger, die sind genau gleich. Es ist halt nur, in welche Richtung dieses Logo guckt, wobei diesen Deckel kann man, glaube ich, auch abnehmen, dann einfach drehen. Ja, Tatsache, kann man einfach abnehmen, könnt ihr euch dann auch drehen. Also es ist egal, wie ihr es macht, ist überhaupt viel gesprungen. Schönes Muster hier. Kennen wir noch vom AK500, da sah das auch so aus. Davon habt ihr natürlich hinterher nicht mehr viel, wenn ihr sowieso zwei Lüfter drauf habt, aber so an und für sich gefällt mir das. Nicht ganz glatt, ist so ein bisschen, ja, ihr seht es ja, diese Kästchen. So, ihr seht, die Wärmeleitpaste ist natürlich noch drauf, den packen wir jetzt so auf diesen Prozessor und das ist jetzt halt nichts anderes als draufsetzen und festschrauben. Kleiner Tipp noch, macht das über Kreuz, also die zieht ihr nur leicht an, die eine Schraube und auf der anderen Seite ist ja die gleiche, könnt ihr euch jetzt denken, die zieht ja auch erstmal nur ein bisschen an. Dann macht ihr das schön im Wechsel, damit ihr da wirklich einen ausgleichenden Druck drauf habt und irgendwann ist er natürlich sowieso am Anschlag. Also die lassen sich tatsächlich schon ziemlich weit schrauben, diese Schrauben, aber es geht wirklich ziemlich gut. Mir ist gerade aufgefallen, das war ein bisschen dunkel, man konnte jetzt nicht alles sehen, nur hier unten ist halt diese Schraube, habe ich festgeschraubt und das gleiche natürlich da oben und jetzt machen wir einfach diesen Deckel wieder drauf, den habe ich eben einfach abgemacht, um zu gucken, was drunter ist, beziehungsweise ob man ihn drehen kann und jetzt packen wir wieder die Lüfter drauf. Jetzt gibt es natürlich eine Sache zu beachten. Ihr habt jetzt hier diesen Lüfter, der muss ja da drauf, der hat hier diese Halteklemmen, den packen wir drauf, die waren ja auch schon irgendwo vormontiert, ihr seht es ja, ihr könnt es eigentlich gar nicht falschrum drauf machen. Ihr müsst jetzt einfach nur darauf achten, dass die wirklich so montiert werden, also die drehen meistens linksrum und die Luft wird dann dementsprechend da reingeblasen und dass die hinten auch wieder rauskommen. Wenn ihr jetzt die Lüfter so montiert, dass die gegeneinander arbeiten, ist natürlich Quatsch. Und auch noch ein kleiner Tipp, das Kabel kommt jetzt hier oben raus, dreht es euch so quasi hin, dass ihr die Anschlüsse da am Mainboard habt, weil sonst habt ihr dieses Kabelwirbel einfach irgendwo im Gehäuse hängen, das ist halt auch kacke. Also ich muss echt sagen, ich finde das echt krass erstaunlich, wie leicht diese Bügel da drauf gehen. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt so, guck mal, ich packe das jetzt so da drauf, dann auf die Höhe achten, dann Bügel drüber drücken und dann haben wir hier das Gleiche nochmal. So, zack, fertig. Ist fest. Kenne ich von anderen Herstellern, wie gesagt, irgendwie schlimmer. Soll jetzt keine Bewerbung für dieses Produkt werden, auch wenn es mir gestellt worden ist, nur irgendwie ist es cool, auf jeden Fall. Und jetzt kommt das zum Einsatz, was ich eben gesagt habe, das ist dieses Verteilerkabel hier, das rollen wir jetzt einmal auf. So, jetzt habt ihr quasi einen Anschluss, der aufs Mainboard kommt und die beiden, die jetzt hier von den Lüftern kommen, die steckt ihr da jetzt einfach drauf, das ist überhaupt kein Problem. Also hier, äh, da. Einfach draufstecken, könnt ihr auch nicht verdrehen. Ihr habt hier oben so kleine Nasen, also falschrum draufstecken könnt ihr das auch nicht. Und der kommt jetzt halt einfach oben auf den Stecker CPU-Fan. Das ist bei diesem Mainboard jetzt der graue, kann bei euch ein bisschen anders aussehen. Und das ist das, was ich meinte. Jetzt habt ihr hier eine Menge Kabel, die könnt ihr dann einfach nach hinten legen und hättet ihr jetzt den Lüfter quasi so gebaut, dass das Kabel nach unten zeigt, hättet ihr das durchs ganze Gehäuse irgendwie legen müssen, wäre auch kacke gewesen. So kann man das einigermaßen verstecken. Ob das jetzt bei diesem Schrottgehäuse hier vorne geht, werden wir sehen. Mir ist auch gerade noch aufgefallen, ich habe die Kabel jetzt so gelegt, dass sie nach vorne zeigen. Ihr könnt es natürlich drehen, dann zeigen sie nach hinten, könnt ihr neben dem RAM herführen und dann hinten raus. Ich lasse es jetzt aber so, ändert halt technisch gar nichts. Und jetzt muss das ganze Mainboard mit diesem fetten Block hier drauf, aber das sieht eigentlich ganz gut aus, muss jetzt wieder da rein. Ich hätte jetzt natürlich die Möglichkeit gehabt, einfach den Block noch wegzulassen und einfach nur diesen Rahmen zu montieren. Aber ich versuche es jetzt einfach so, geht halt einfach schneller. Ich habe jetzt der Einfachheitshalber einfach die Lüfter nochmal abgenommen. Die machen wir jetzt ganz normal drauf. Wundert euch nicht, ich werde die Kabel jetzt doch nach unten legen, sieht einfach besser aus. Und mir ist gerade noch was aufgefallen, wenn ich das Case drehe. Das ist ganz schön knapp. Also wenn man jetzt hierher geht und dann noch diese Plexiglasplatte, ja Plexiglas, ihr wisst es noch, drauf machen, dann wird das echt eng. Ich bin gespannt, ob das passt. Sollte aber, wir haben hier noch einen kleinen Spalt. So, den machen wir auch noch mit Kabel nach unten da dran. So, hier, zack, drauf. Geil, super, wunderbar. Passt auch von der Höhe, super. Und das war diese Thematik hier, diese Kabel. Die legen wir jetzt einfach hier am Ramm unten, also quasi in diesem Schlitz vorbei und dann nach oben. Und da schließen wir das Ding dann an. So, jetzt habe ich das Kabelgebumse da oben drin, ihr seht es. Bei diesem Case ist es leider nicht anders möglich. Ich kann das nicht hinten ins Gehäuse ziehen, weil da oben halt einfach kein Loch ist dafür. Aber um das Case geht es ja auch nicht. Es geht jetzt einfach nur um diesen Kühler. Jetzt kommt noch die Grafikkarte rein. Wir stecken die ganzen Stecker nochmal an und dann gucken wir mal, was der für Temperaturen erreicht. Und wer sich dran erinnert, wir hatten ja letztes Mal das Thema, dass der CPU-Stecker, also dieser EPS-Stecker, hier außen rumgelegt werden muss. Muss er diesmal natürlich auch wieder. Ich habe den jetzt einfach mal von hier unten hier dran hergelegt, nach oben. Weil, wie gesagt, da oben ist kein Loch zum Durchlegen. Und ja, wir sind soweit fertig. So, ein neuer Tag. Ich musste letztes Mal abbrechen, weil die GoPro leer war und ich keinen Ersatzakku hatte. Jetzt haben wir einen neuen Tag, aber ich habe nichts geändert, außer, dass ich jetzt halt Maus und Tastatur einfach angeschlossen habe. Und wir schließen die Kiste jetzt das erste Mal an und dann werden wir mal schauen, ob sie überhaupt läuft. Das ist die erste Frage. Und die zweite natürlich, wie dann diese Werte von diesem Kühler hier sind, den wir uns hier anschauen. So, angeschlossen ist jetzt alles. Das ist jetzt wirklich das erste Mal einschalten. Ich hatte bisher noch nichts gemacht. Wir machen jetzt erst mal den Netzschalter an. Und dann schauen wir mal, ob das Ding hier läuft. Ja, er dreht schon mal. Aha. Jetzt gleich wieder bestimmt wieder SSD nicht erkannt oder so. Hatten wir letztes Mal auch schon. Aber schauen wir mal, ob wir ein Bild kriegen. Okay, scheinbar kein Bild. Warum? Habe ich irgendwas vergessen? Maus leuchtet auch. Tastatur leuchtet auch. Bildschirm nicht. Habe ich das falsche Kabel genommen? Läufen die Lüfter? Ne, die Lüfter laufen hier auch. Aha, 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 aha. Jetzt läuft es, alles klar. Keine Ahnung, warum es jetzt irgendwie rumgespackt hat. Jetzt so von der Lautstärke her geht es tatsächlich bei dem Lüfter. Wir haben sonst keine Lüfter im Gehäuse. Ihr seht das ja. Das ist sowieso Airflow-technisch sowieso ein Kack-Gehäuse. Wenn ich das gleich zumache und teste, ist das natürlich auch ein bisschen verfälscht. Aber wir können den auch gerne nochmal außerhalb des Gehäuses testen. Oh, jetzt macht er hier Windows-Updates, ist nicht sein Ernst. Überspringen. Ah ja, so, wunderbar. Jetzt sind wir drin. Wir hauen mal direkt ein Cinebench an. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, die Wärmeleitpaste ist die Originale, die bei dem Kühler mit dabei war, die einfach voraufgetragen war. Für die anderen Tests mit der Hardware, die ich noch hier liegen habe, werde ich natürlich einfach irgendwie eine MX4 oder so nehmen. Muss ich mal schauen, was ich so da habe. Also ich würde sagen, wir testen es erstmal offen, weil wenn ich jetzt die Seitenwand wirklich drauf mache und dann teste und das ist schon zu warm, ist blöd. Beziehungsweise, wenn ich es jetzt so testen und der wird schon zu warm, brauchen wir das mit der Seitenwand gar nicht machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Multicore und dann schauen wir uns auch gleich mal die Lautstärke an. Ich habe ja hier wieder mein Messgerät. Es ist doch gerade recht erstaunlich. Gut, er läuft jetzt nur eine knappe Minute. Ja, und wir sind jetzt hier ganz normal bei 82 Grad, was durchaus noch in Ordnung ist. Und man sieht auch, dass sich der Prozessor wieder 142 Watt gönnt. Das seht ihr unter anderem hier unten. Und es sieht soweit eigentlich noch ganz gut aus. Wollen wir mal gucken, wo wir gleich landen. Ich lasse den jetzt natürlich 10 Minuten lang laufen. Das ist der Multicore-Test. Und dann schauen wir uns mal die Endergebnisse an. Während der läuft, können wir uns schon mal die Lautstärke geben. Ich werde jetzt einfach das Dezibel-Messgerät daneben halten und mal schauen, was dabei rumkommt. Und dafür müssen wir natürlich leise sein. Wir sind hier bei ungefähr 44 Dezibel, damit ihr den Abstand ungefähr habt. Also ich bin jetzt wirklich nicht weit von dem Ding weg. Wenn ich jetzt rede, dann schlägt es natürlich aus. Aber wenn wir jetzt noch mal schauen. Ja, 44 bis 45 Dezibel. Und ich würde sagen, wenn man da jetzt einen Deckel drauf macht, eine Glasscheibe natürlich nicht, so eine Dreckskunststoffscheibe wie hier dabei ist, dann ist das gar nicht so krass laut. Also ich hätte jetzt echt gedacht, der wird lauter. Nur mal ein kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt seit zwei Minuten damit unterwegs. sind so bei 83,5 Grad. Ja, in der Höhe hat er mal 84 gehabt. Aber das ist durchaus noch in Ordnung tatsächlich. Also ich dachte ja wirklich, weil der verhältnismäßig klein ist, gegenüber dem AK500 zum Beispiel, dass der jetzt total abkacken würde. Weil ein Ryzen 5800X ist halt scheiße zu kühlen. Bei 144 Watt Leistungsaufnahme tatsächlich ziemlich gut. Also wirklich. Ich meine, natürlich wurde mir dieser Kühler jetzt gestellt und so. Aber oh, oh, da wird er doch schon ein bisschen rot. Der wurde mir natürlich gestellt. Aber ich werde natürlich hier immer, ich messe ja live, ihr seht es ja. Und es ist actually gar nicht so kacke. Ich meine gut, 85 Grad ist schon viel. Aber er geht noch nicht ins Frotteln rein. Hier haben wir immer noch eine Gesamtleistungsaufnahme von 142 Watt. Also er geht auf jeden Fall nicht runter. Und ich finde das gerade wirklich erstaunlich. Also ich weiß nicht, wie es mit Prime 95 wäre oder so. Aber so jetzt für die ersten drei Minuten ist es eigentlich noch ganz okay. Jetzt sind wir schon bei 85,8 Grad. Hier vorne sehen wir es natürlich schon. Aber während der jetzt am Rödeln ist, also wir haben ja noch ein paar Minuten auf der Uhr, werde ich jetzt einfach mal hergehen und schon mal das andere vorbereiten. Also hier haben wir schon mal das Board. Das ist wie gesagt das Z690 Gaming X. Und darauf packen wir jetzt einen 12600KF. Also ich denke schon, dass er damit klarkommen wird. 12700K weiß ich noch nicht. Werden wir gleich sehen. Jupp, jit, weg ist er. Geil. Einfach mal im Schoß gelandet. Wunderbar. Die SSD packen wir jetzt noch rein. Dafür habe ich auch so einen Schraubendreher. Der ist einfach nur ein bisschen kleiner. Den werden wir jetzt dafür nehmen. Und hier haben wir die Kingston NV1. Die haben wir auch schon öfters bei uns in den Videos gehabt. Bei diesen Fertig-PCs. Problematik hierbei ist es natürlich, ich kann sie nicht wieder vernünftig verpacken. Also ich werde sie jetzt, weiß ich nicht, rausschneiden. Aber naja. Kai, wenn du das siehst, ich kann sie halt nicht wieder zurück tun. Nur ein kleiner Tipp. Beim PC bauen, wenn ihr so eine SSD einbaut, auf jeden Fall hier diese Folie abziehen, die da drauf ist. Das ist nämlich quasi so ein Kontaktkühlkörper-Ding. Damit die SSD einigermaßen kühl bleibt. Wobei das bei solchen SSDs wie der NV1 jetzt eigentlich nicht so wichtig ist. Die hat jetzt nicht die krasse Leistung, dass die da irgendwie übelst warm werden würde. Packen wir den Deckel wieder drauf. Wunderbar. SSD drin, Prozessor drin, RAM. Nehmen wir gleich von dem PC hier vorne. Und wir sind auch schon fast so gut wie am Ende. Wir haben jetzt noch knapp eine Minute auf der Uhr. Und wir haben hier immer noch die Leistungsaufnahme von 142 Watt. Das heißt, er wird auf jeden Fall nicht gedrosselt. Temperaturen hier oben, 88 Grad hatten wir da bisher in der Spitze. Was völlig okay ist eigentlich. Also was heißt völlig okay, ist natürlich gut warm. Der Kühler hat eigentlich eine Angabe von 220 Watt, die er abführen könnte. Aber hier haben wir halt jetzt 142. Und selbst da wird es halt ziemlich eng in einem offenen Gehäuse. Deswegen sage ich immer, ich vertraue diesen Herstellerangaben nicht so, was die TDP angeht. Aber er wird auf jeden Fall nicht gedrosselt. Was ich schon mal krass finde. Ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet tatsächlich. Auch ein wenig Temperatur gerade interessiert. Wir haben hier drin 20,6 Grad. Sieht man da oben in der Ecke. Und wenn ihr jetzt natürlich eine Dachgeschosswohnung habt, ist es ein bisschen schwierig, im Sommer die Kiste kühl zu halten. Ich denke schon, dass er da drosseln wird. Vor allen Dingen, wenn es dann im geschlossenen Gehäuse ist. Wie gesagt, überlegt es euch, ob ihr da jetzt irgendwie in der Dachgeschosswohnung wirklich diesen Kühler nehmen wollt für einen 5800er Ryzen. Aber ich denke, mit dem Intel, den wir haben, wird das noch besser funktionieren. Ich schaue mir jetzt mal an, wie der montiert wird. So, easy. Und wie man sieht, die Wärmeleitpaste hat sich relativ gut verteilt. Also, wirklich voll abgedeckt. Nicht großartig rumgesaut. So ein bisschen. Das kann aber auch noch von älteren Montagen gewesen sein, von mir. Weil ich ein bisschen rumgeschlammt habe. Aber es sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Wirklich. Hat sich gut verteilt. Ist nicht zu dick. Perfekt. Wir haben uns jetzt hier die Fläche anschauen. Ich habe das Ding jetzt einfach mal nochmal sauber gemacht. Das ist soweit okay. Das ist alles noch schön glatt. Hier ist natürlich ein bisschen was in diesen Rillen drin. Das ist aber nicht schlimm. Und wir nehmen jetzt gleich einfach eine andere. Ich habe jetzt in dem Fall einfach irgendeine LC-CC120 Wärmeleitpaste genommen. Die machen wir gleich da drauf. Und wir schauen uns jetzt mal die Montage an. Vorher denke ich aber, dass ich diesen Montage-Frame auf jeden Fall noch irgendwie brauche. Sonst kann ich es mir nicht anders vorstellen. Weil der hat hier oben auch die anderen Löcher für Intel unter anderem drin. Den schrauben wir jetzt eben schnell auch noch ab. Ich sehe gerade hier in der Anleitung, wir brauchen auch wieder diese Abstandshalter. Das scheinen eventuell die gleichen zu sein. Aber ich glaube eher, das sind die schwarzen. Ich habe hier nämlich noch eine Tüte mit so schwarzen Abstandshaltern. Ich glaube, das sind die richtigen. So, die Anleitung besagt, bei LGA 1700, was wir ja hier haben mit der 12.000er Generation, dass auf jeden Fall die Schrauben nach ganz außen müssen. Und das ist auch relativ easy gemacht. Also ihr habt hier quasi so, könnt ihr ein bisschen verschieben. Ich kann das jetzt nach außen schieben. Vielleicht hört man das. So, das mache ich jetzt mit allen. Dann legen wir das hinters Board. Ja, passt hundertprozentig. Man sieht es hier. Hier sind die Schraublöcher, beziehungsweise einfach die Löcher. Und hier sind diese Gewindestangen jetzt durchgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Hier steht sogar drauf, 1700. Ich glaube, man kann es lesen. Auf dem anderen steht auch 1151 und so. Also man kann sich auf jeden Fall nicht vertun. Es ist einfach so mit reingegossen. So, ich halte es jetzt mal so ins Bild, weil ich muss die Backplate auch festhalten. Hier seht ihr jetzt die Abstandshalter. Die sind natürlich hier vorne drauf. Genauso wie da vorne. Also vier Stück. Und das ganze Prinzip ist eigentlich wieder relativ easy. Jetzt kommt einfach wieder dieser Frame drauf. Den habe ich jetzt schon draufgelegt, weil mir sonst die Backplate durchfallen würde. Und dann kommen da einfach wieder vier Schrauben drauf. Und dann wird der Lüfter oder der Kühler genauso drauf montiert wie bei dem AMD. Also wirklich easy. Einfach jetzt festgeschraubt. Und jetzt kommt nur noch der Kühler drauf mit diesen beiden Federschrauben, die wir eben schon hatten. So, jetzt machen wir hier einen kleinen Klecks drauf. Ein bisschen länglich. Das könnte schon ein bisschen zu viel gewesen sein tatsächlich. Ich glaube, ich verstreiche das mal so ein bisschen. Und was bietet sich besser an als ein PC-Check-Flaschenöffner? Zum Verstreichen einfach. Ich habe jetzt gerade nichts anderes da, aber das wird schon gehen. Ah, guck, wie schön das geht. Ja, ja, ja. Doch, doch. Man muss sich nur zu helfen wissen. Also ich finde, kann sich schon sehen lassen. Natürlich, es drückt sich zu den Seiten noch ein bisschen weg. Deswegen habe ich die Kanten jetzt mal nicht gemacht. Aber hat funktioniert. Jetzt haben wir hier wieder ganz normal den Kühler. Den setzen wir wieder so drauf. Drehen die Schrauben hier fest und dann war es das eigentlich auch schon. Die feinen Sachen mache ich natürlich wieder von Hand, weil so ein Kühler, ob ich den jetzt unbedingt mit so einem Drehmoment anziehen sollte, weiß ich nicht. Ich mache das dann lieber ein bisschen händisch, bis der Anschlag kommt, weil zu doll ist natürlich auch kacke. Und natürlich immer schön über Kreuz, dass das auch einigermaßen ausgeglichen ist. So, der sitzt drauf. Perfekt. Ich nehme jetzt meine Testbench, packe das Ding dann auf diese Testbench drauf, damit wir den Abstand haben, dass wir auch gleich die Grafikkarte vernünftig dran klemmen können. Ich könnte jetzt natürlich auch ein Riser-Kabel nehmen und die Grafikkarte irgendwie daneben legen, aber ich mache es einfach so direkt. Das ist glaube ich am besten. Dafür habe ich jetzt einfach dieses kleine Blechli hier. Da kommt jetzt das Board drauf. Dann haben wir den Abstand auch und dann passt das. So, jetzt nehmen wir auch den RAM von dem AMD-System. Für alle, die das erste Mal vielleicht auch ein System bauen wollen, denkt bitte daran, dass wenn ihr zwei RAM-Regel habt, und die solltet ihr mindestens haben, auf den zweiten und auf den vierten Slot bitte draufstecken und nicht irgendwie auf den ersten und zweiten wegen Dual-Channel. Weil sonst habt ihr halt nur eine Bank belegt, wenn ihr jetzt auf den ersten und den zweiten belegt und dementsprechend quasi nur die Hälfte der Leistung. Jetzt haben wir hier natürlich wieder genau diese Lüfter-Thematik, dass wir einfach die Lüfter jetzt passend mit den Metallklemmen da drauf machen. Es ist halt echt erstaunlich, wie einfach das einfach geht. Ich habe noch nie so leichte Metallklemmen gehabt. Ich weiß, ich sage es jetzt schon zum tausendsten Mal, aber ich finde das so geil. Einfach nur so klick drauf. Richtig gut. So, die Kabel habe ich wieder ein bisschen nach hinten getüdelt. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Jetzt kommt gleich noch die Grafikkarte drauf. Das Netzteil muss ich noch anschließen, dann können wir direkt testen. Ist natürlich auch wieder ein offenes System. Klar, nicht in einem geschlossenen Gehäuse. Aber ich denke, ein 12.600 kF sollte der eigentlich schaffen. Und bevor sich jemand wundert, warum der Abstand hier so gering ist, der Kühlkörper auf der Grafikkarte ist nicht mehr original. Der originale war defekt. Da haben wir jetzt einen anderen einfach drauf geklebt. Tatsächlich geklebt auf die Kühlrippen. Funktioniert aber für die reine Bildausgabe. Das ist sowieso uninteressant. Wir wollen ja den Prozessor testen, beziehungsweise eben diesen Kühler. So, das Netzteil, das habe ich jetzt auch schon rausgebaut aus dem AMD-System. Das werden wir jetzt hier verwenden. Ich werde jetzt eben alles anklemmen und dann können wir eigentlich auch schon starten. So, jetzt habe ich hier sehr viel Chaos, aber es ist alles angeschlossen. Wir werden das System mit starten. Ich lege den Netzschalter um. Und dann schließen wir hier vorne einmal kurz, dass das System startet. Zack. Da läuft es auch schon. Mal hoffen, dass wir auch ein Bild kriegen. Ich muss natürlich bei dem System jetzt auch noch gleich Windows installieren. Das werde ich dann gleich natürlich direkt machen. Na, komm. Erstes initialisieren. Debug-LED. Lauf weiter. Lauf weiter. Ja, fein. Weiter. Noch einen. Jesus. Grafikkarte. Geil. So, jetzt müsste aber so langsam mal hochgefahren kommen. Dann müssen wir eigentlich direkt im BIOS landen, weil eben kein Windows installiert ist. Wie gesagt, muss ich gleich noch machen. Bitte gib mir ein Bild. Mach jetzt nicht diesen. Debug-LED leuchtet. Wo drauf? VGA? Oder was? Okay. Irgendwie hat der wohl ein Problem mit der Grafikkarte. Ich nehme jetzt mal eine andere und teste die dann einfach. Ich habe hier noch eine 2060 rumliegen. So, jetzt haben wir die 2060 drin. Hoffen wir, dass es damit klappt. Wir schließen mal wieder kurz. Ah, ich sollte natürlich vorher hinten den Schalter anmachen. So. Zack. Mal gucken. Kann auch sein, dass die andere Grafikkarte einfach nicht richtig gesessen hat. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt auch immer noch kein Bild. Ah, ich sollte vielleicht auch einfach mal das Kabel anschließen. Alter, heute bin ich echt durch, ne? Meine Güte. Aber scheinbar hat der hier immer noch irgendwie ein Problemchen. Und ich weiß nicht was. Also, wenn man jetzt hier erkennen kann, er hat immer noch ein Problem mit VGA. Warum auch immer. Also, CPU und RAM scheint okay zu sein. Bei VGA bleibt er hängen. Ich verstehe allerdings nicht, warum. Weil ich habe alles angeschlossen. Ich habe eigentlich nichts vergessen. Ich habe es auch richtig angeschlossen. Sie steckt richtig drin. Ich habe sie getauscht. Und ich kriege immer noch kein Bild. Das ist jetzt ein bisschen meh. Okay, ich hätte jetzt natürlich die Möglichkeit, da hinten den 12700K zu nehmen, den hier anzuschließen. Weil der hat eine integrierte Grafikeinheit. Dann sehe ich zumindest, ob ich da ein Bild kriege. Aber das erklärt sich mit mir jetzt nicht so ganz. Also, die Lüfter drehen auch. Schönen alles okay zu sein. Aber VGA, das hat er jetzt gerade nicht so gern. Ich werde jetzt erstmal die BIOS-Batterie rausnehmen. Beziehungsweise den Jumper setzen. Hat das Ding noch einen Jumper? Wahrscheinlich nicht. Nehmen wir die Batterie gleich mal raus. Und dann testen wir mal, ob er da einen weggekriegt hat. Keine Ahnung. Er hat doch einen Reset-Switch. Genau hier. Ich halte den jetzt einfach mal gedrückt. Kann sein, dass er das dann schon so frisst. Ansonsten muss ich mal schauen in die Anleitung gucken. Wie es bei dem Board jetzt speziell ist. Einige Boards haben Jumper, die anderen haben Buttons. Bei den anderen muss er wieder die Batterie rausnehmen. So, jetzt schließen wir ihn nochmal kurz. Schauen wir mal, was er sagt. Ja, gut. Genau, da will ich hin. Perfekt. Ich habe ein Bild. Ja. Keine Ahnung. Hat sich wahrscheinlich bei der anderen Grafikkarte eben irgendwie verschluckt. Dann habe ich ihm eine andere gegeben. Dann dachte er sich, nö. Die will ich jetzt auch nicht. Also BIOS Flash hat es gebracht. Vielleicht auch einfach nur Strom aus. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall im BIOS. Er hat den RAM erkannt. Natürlich XMP noch nicht aktiviert. Aber das ist erstmal egal. Jetzt schauen wir noch, ob wir hier die M.2, ob wir die finden. Wenn wir jetzt hier auf M.2 klicken. Ja, da ist sie. M.2, PCI Express 3.0. Wunderbar. Jetzt installiere ich Windows. Und dann gucken wir uns gleich den Cinebench dazu an. So, das System läuft soweit. Ich habe hier eben schon mal leicht angetestet. Habe hier vorne auch schon mal die PL1 und PL2 hochgesetzt im BIOS. Dass er sich theoretisch sogar 300 Watt genehmigen darf. Die normale Grenze sind 150 Watt. Das ist auch ungefähr das, was sie angeben. Ich glaube 125 bis 150 Watt. Irgendwie sowas in die Richtung. Und wir schauen jetzt mal, was dabei rauskommt. Wir machen hier wieder den Cinebench R23. Natürlich unter Windows 11. Wegen den Performance und Efficiency Kernen, die der 12600 Kf natürlich hat. Wir starten den jetzt gerade. Ihr seht es. Und was ich sehr interessant finde. Und ich weiß nicht, warum es so ist. Warum er sich nicht mehr genehmigen möchte. Aber der pimmelt hier auf ungefähr 107 Watt rum. Wir haben eben gesehen, bei dem AMD waren es 144 Watt. Ich hatte das eben stock so getestet. Dann habe ich nochmal von Hand die PL1 und PL2 eingestellt auf 150 bis 300 Watt. Was er sich ungefähr ziehen darf. Und trotzdem nimmt er nur die 105. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt natürlich einen schönen Vergleichswert. Weil wir haben eben gesehen, 144 Watt auf der AMD Seite. Bei dem Ryzen 5800X. Und hier haben wir jetzt halt den 12600 Kf. Hier vorne sieht man es auch nochmal. Da steht es. Und der genehmigt sich halt jetzt so. Selbst wenn man die Grenzen so setzt. Ungefähr 106 Watt. Das sind natürlich knapp 40 Watt weniger als bei dem 5800X. Dementsprechend sind die Temperaturen auch relativ gut. Also der ist jetzt so bei 50 Grad. Jetzt gerade aktuell maximal waren es 60 Grad. Das liegt natürlich auch daran, weil der Cinebench immer wieder, wenn er das Bild hier neu gerendert hat, wieder neu anfängt. Da droppt das wieder ein bisschen. Aber es funktioniert tatsächlich ziemlich gut mit diesem Prozessor. Was ich ja auch eben schon Anfang sagte. Ich glaube nicht, dass der 12600 Kf den quasi so fordern würde. Und von der Lautstärke her können wir jetzt auch nochmal messen. Hier habt ihr nochmal kurz einen Abstand. Und hier dreht er auch gar nicht so krass auf. Ungefähr 42 Dezibel. Also wenn wirklich ein Gehäuse drumherum ist und es ist ein vernünftiges Airflow-Gehäuse, werdet ihr den wohl kaum hören. Ich höre es jetzt natürlich ein bisschen rauschen, aber das kann ich kaum mit meinem Mikro einfangen. Ich meine, ich kann es mal probieren. Ich gehe jetzt einfach mal mit meinem kleinen Sender hier dran. Also selbst das Mikro von der GoPro jetzt selbst schlägt kaum aus. Und man hört auch jedes Mal, wenn er das Bild quasi wieder neu rendert, dass der Lüfter dementsprechend wieder kurz runter dreht, dann wieder hoch dreht. Also die beiden Lüfter hier auf dem Kühler. Ich habe es auch wieder richtig montiert. Der zieht rein, die andere Seite bläst quasi raus. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Also 50 Grad beziehungsweise 60 Grad Maximum ist natürlich nichts. Also es wäre auf jeden Fall ein guter Luftkühler für einen 12600 KF, den ihr selbst benutzen könntet, wenn ihr jetzt irgendwie in einer Dachgeschosswohnung wohnt. Und im Sommer da auch mal gerne 30 Grad drin werden. Weil wir haben jetzt aktuell 20,5 Grad hier drin und läuft wirklich gut und leise. Ich kann den jetzt natürlich auch noch schön durchlaufen lassen, bis diese sechs Minuten da rum sind. Das ist überhaupt kein Problem. Dann werden wir den Prozessor mal wechseln. Werden den 12600 KF nehmen, äh 12600 KF, 12700 KF nehmen. Den hat mir ja auch Dubaro freundlicherweise mal ausgeliehen. Und dann testen wir die ganze Geschichte damit auch nochmal. Also ich habe den Cinebench jetzt mal durchlaufen lassen. Wir waren bei maximal 60 Grad und der Leistungsaufnahme von ungefähr 108 Watt. Wir haben einen Score im Multi von 17.120 Punkten. Jetzt habe ich mich mal schlau gemacht und habe hier mal geschaut. Und zwar haben wir hier 17.660. Jetzt gehen uns natürlich noch ein paar Punkte flöten durch HW-Info und so weiter, was da noch auf dem PC läuft. Aber der Score wurde auf jeden Fall erreicht. Das heißt, mit der Leistungsaufnahme passt es scheinbar auch irgendwo. Obwohl Intel eben sagt, glaube ich 125 bis 150 Watt. Ich glaube, da hätte der auch ein bisschen zu kämpfen, der Lüfter, beziehungsweise der CPU-Kühler. Aber alles in allem, der Score passt, die Temperaturen passen auch. Also für ein 12600 KF ist das Ding tatsächlich geeignet. Kann man machen, überhaupt kein Problem. Luftkühler, Wasserkühlung muss nicht sein, muss allgemein beim 12600 KF nicht sein. Es sei denn, ihr macht irgendwie Extreme Overclocking oder so. Dann kann es sein, dass ein Luftkühler nicht mehr reicht. Aber der hier scheint wirklich dafür geeignet zu sein. Und jetzt schmeißen wir noch den 12700 KF drauf. Also ich würde ja jetzt echt gern testen. Ich habe jetzt den 12700 drauf geworfen. Aber man sieht hier, die LED geht auch durch. CPU ist okay. RAM bleibt da kurz hängen. Ist aber egal. Dann geht er auf VGA gleich. Und dann will er starten, dreht hoch und dann aus. Keine Ahnung warum. Muss ich erst wieder einen BIOS-Flash machen oder was? Also irgendwie, das Board mag mich nicht. Ich habe wirklich nur den Prozessor getauscht. Und der geht auch locker durch bei Prozessor. Das ist oben links die Lampe. Aber er will partout nicht hochfahren. Hm. Müssen wir auch mal gucken. Also ich habe jetzt nochmal den 12600 KF drauf geworfen. Ihr seht auch, der Kühler, der sitzt jetzt nur so drauf. Den habe ich auch nicht festgeschraubt oder so. Damit geht's. Der 12700er will einfach auf dem Board nicht. Ich werde jetzt noch versuchen, ein BIOS-Update zu machen und dann nochmal den 12er zu nehmen, der jetzt gerade liegt, da in der Ecke. Der 12700 KF. Und dann, ja, müssen wir halt nochmal irgendwie testen. Ja, sowas passiert halt. Also 12600 KF frisst er. Ich habe auch versucht, BIOS-Flashback zu machen und sowas. Aber irgendwie, nö. Ja, das sind so kleine Problemchen. Da kommt man ja später hin. Naja. Dann werde ich mal ein BIOS-Update fahren und hoffen, dass es dann irgendwie funktioniert. Also, das BIOS-Update habe ich jetzt gemacht. Mit dem 12600 KF ging's. Keine Ahnung. Der liegt jetzt da hinten. Hier vorne. Habe jetzt den 12700er wieder drauf. Und ich bin in der Bootschleife. Also irgendwas scheint mit dem Prozessor nicht zu funktionieren. Ich habe auch komplett neue Wärmeleitpaste drauf. Den Rahmen nochmal ab. Rahmen wieder drauf. Kühler wieder drauf. Dann mal nur so von Hand drauf gesetzt. Vielleicht zu viel Anpressdruck oder so. Rahmen rein, raus. Habe ich alles schon gemacht. Wie gesagt, das BIOS-Update, ich glaube, wir waren auf Version F7 und sind jetzt auf F20B. Mit dem 12600 KF ist er ganz normal hochgefahren. Und hier ist halt nichts. Ist echt schade. Weil gerade das Ergebnis mich interessiert hätte vom 12700 K. Ja, jetzt können wir einfach nur zusammenfassen. Im Endeffekt ist es so, für den 5800er Ryzen, reicht er gerade so aus. Also Dachgeschosswohnung würde ich eher nicht machen. 5700er wird er locker packen. Ein 12600 KF kann mit dem auch laufen. Ja, 12700er kann ich jetzt leider nicht testen. Weil, wie gesagt, die Bootschleife hier, ihr seht diese rote LED, die wechselt immer von CPU zu Rahmen, CPU zu Rahmen, immer hin und her. Und ich kann jetzt gerade nichts mehr machen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die CPU einen weg hat. Ist ungewöhnlich. Aber kommt vor, hatte ich auch schon mit AMD-Prozessoren, dass out of the box so ein Prozessor einfach kaputt war. Und der war halt neu. Also ich habe den wirklich hier aus der Verpackung genommen. Der war noch komplett versiegelt. Nicht wundern über den Föhn. Den habe ich eben benutzt, als ich den Kühler so draufgesetzt habe, ohne die Dinger zu montieren. Da habe ich mit dem Föhn dann ein bisschen gekühlt. Und halt kalte Luft, keine warme natürlich. Ja, ist jetzt ein bisschen schade eigentlich. Weil, hätte ich mich echt drüber gefreut über das Ergebnis. Ich kann mal schauen, ob ich noch irgendwo eine 12700k herkriege. Ob Dubaro mir vielleicht noch mal einen stellt, der funktioniert. Ich habe jetzt leider auch kein zweites Board, womit ich irgendwie hier testen könnte. Ist auch schade. Hätte ich nämlich einfach das vielleicht ausschließen können, dass der Prozessor irgendwas hat. Aber wie gesagt, mit dem 12600kf geht es. BIOS-Update gemacht, 12700 draufgepackt, geht nicht mehr. Hm, blöd. Oder ging gar nicht bisher. Ja, finde ich echt schade. Aber das Fazit habt ihr jetzt gehört. Auf jeden Fall ist der AK400 Zero Dark Plus in der Lage, zumindest, sage ich mal, ein Ryzen 5700 oder ein 12600kf zu kühlen. Alles da drunter natürlich. 12400er und so weiter. Sieht auch ganz schnieke aus. Montage ist faxeneinfach. Also könnt ihr wirklich ganz easy draufschrauben. Hier habe ich ja noch das Material von dem AMD drauf. Beziehungsweise, das ist jetzt hier, da stehen die Sockel ja auch immer drauf. Ich glaube, 1151 könnte das sein. Ja, so ist es halt. Ja, tschüss. Ein Loch in dem ganzen Ding, das fällt da rein. Egal. Ja, auf jeden Fall ein cooler Kühler. Wenn ihr den gewinnen wollt, ihr seht ja, ich habe zwei davon. Einfach einen Kommentar da lassen. Und ein Däumchen nach oben wäre ganz nice. Und vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr Bock habt auf mehr von diesem Content. Und dann habt ihr die Möglichkeit, den zu gewinnen. Den lose ich dann wie immer bei mir in einem Livestream aus. Ich lasse das jetzt eine Woche laufen. Dann lose ich das aus. Und derjenige, der kommentiert hat, der vielleicht nicht auf Twitch unterwegs ist, bekommt natürlich von mir dann nochmal einen Kommentar, dass er sich dann bitte bei mir meldet. Und dann bekommt ihr den zugeschickt. Ist halt ganz nice. Also für kleine Maschinen auf jeden Fall. Wie gesagt, das Ergebnis hätte mich jetzt echt interessiert. Aber geht halt leider nicht. Und ja, so ist es jetzt halt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lasst mir euch noch oben da einen Kommentar, wenn ihr den gewinnen wollt. Und dann wird es in Zukunft noch ein paar andere Reviews geben. Ich habe dann noch so ein paar Sachen, so Gehäuse und so. Die werden jetzt demnächst geliefert. Die werde ich dann auch testen. Und da können wir das System dann auch nochmal so reinbauen. Wir haben ja zum Glück noch das Mainboard und alles da. Das funktioniert ja auch bis auf der 12.700K. Aber naja, so ist es halt. Das können wir machen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.